Hallo, ich habe jetzt eine Lachübung für alle, die immer einen ganz vollen Schreibtisch haben. Das war das Mülltonnenlachen. Wir stellen uns vor, wir haben so eine ganz große Mülltonne. Und der im Deckel machen wir auf mit Dann stopfen wir alles rein, was auf dem Schreibtisch weg kann. Dann machen wir den Deckel wieder zu. Dann nehmen wir die Mülltonne in den Anlauf und kicken die in den Himmel. Und alles ist weg. Aber da sind vielleicht noch ein paar kleine Reste. Und dafür gibt es die Hi-Hi-Tonne. Das ist so eine ganz kleine Tonne, die haben wir hier in unseren Fingern. Machen so Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi. Machen so den Rest alles rein. Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi. Machen sie wieder zu und schmeißen doch die in den Himmel. Viel Spaß beim Aufräumen Eures Schreibtisch